Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im September 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Also schauen wir mal. Zwillinge, ich nuschle ein bisschen, weil ich Provisorien drin habe. Ja, ich muss mir Kronen machen lassen, ja, hinten wegen dem ganzen, wie nennt man das auf Schriftdeutsch? Knirschen, ich knirsche mit den Zähnen und jetzt ist alles hinten kaputt. Jetzt mit 32 und jetzt muss da ersetzt werden, ja. Ich nuschle ein bisschen, okay, macht mich ein bisschen süßer. Zwillinge, gehen wir zu deiner Legung über. Aber, habe ich das schon gesagt, beachte auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Nicht vergessen, okay? Zurück zur Legung, Entschuldigung. Zwillinge, ich glaube im September steht für dich eine Kopfarbeit an, die so überwältigend ist, dass ich dir jetzt direkt raten würde, das Ganze einfach mal stehen zu lassen und abzuwarten, bis es sich ein bisschen so wie ausspielt. Ja. Warum ist es komplex? Es ist weder mit Gedanken zu lösen, noch mit dem Herzen, noch mit Ressourcen, noch mit Ideen. Zwillinge, womit auch immer du im September konfrontiert bist, es ist eine Sache, die noch nicht beurteilt werden kann. Da gibt es bestimmte Punkte, die erstmal ausgespielt werden müssen. Vorher, also jede Entscheidung oder jeder Schluss, zu dem du kommst im September, Zwillinge, ist zu früh und dadurch auch falsch. Okay. Der Mond, 37 hier, Quersumme 10, Quersumme 10 und 10 hat wiederum Quersumme 1, also Ende und Start, Ende und Start. Da ist ein Zyklus, das noch abgeschlossen wird und der Mond, das steht für das Ungewisse, ja, im Tarot und ein ungewisser Weg. Du siehst den weiteren Weg noch nicht, weil du noch keine Übersicht über das hast, was bisher war. Also, falls du bei einer Sache glaubst, dass du jetzt alles weißt, warte ab, ja. Vielleicht kommt es so, dass du noch mehr Informationen erhalten wirst. Vielleicht kommt es so, dass dein Herz plötzlich sagt, nee, nee, doch, doch, ja, ich will doch. Oder vielleicht kann es sein, dass du noch nicht die Inspiration da bekommen hast, das dich zu einer bestimmten Idee bringen wird, ja. Also, es ist noch nicht so weit, ich würde da noch ein bisschen warten, ja, mit irgendwelchen Beschlüssen oder so. Der Mond. Ich lese es dir vor hier, ja. Das hier ist das schamanische Seelenorakel. Findest du alles auf meiner Webpage, den Link zu den Tarotkarten findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar, ja. Die Essenz. Alle 28 Tage vollendet der Mond einen Zyklus, in dem er sich aus der Dunkelheit ins Licht und wieder zurück bewegt. Dieses Phänomen hat einen großen Einfluss auf die menschliche Psyche. Es schenkt uns die Sicherheit, dass nach Zeiten der Leere und Düsternis ein Licht am Horizont erscheinen wird und wir auf einer neuen Stufe wiedergeboren werden. Das erinnert an ein Mondgebet afrikanischer Ureinwohner, in dem es heißt, möge sich unser Leben so erneuern, wie es das Deinige tut. Darüber hinaus wirkt sich der Mond stark auf die Gezeiten aus, auf Eppe und Flut. Und von eben dieser Kraft werden auch die menschlichen Gefühle und Emotionen berührt, die sich aus dem Unterbewussten erheben, um alsbald wieder darin zu versinken. Das heißt, wenn du dich jetzt gegen jemanden entschieden hast, könnte es sein, dass dann Ende Monat Flut ist und du diesen Menschen doch haben willst. Der Mond verbringt genauso viel Zeit im Dunkeln wie im Licht der Sonne. Und an dieses Gleichgewicht will er dich jetzt erinnern. Konzentrierst du dich vielleicht allzu sehr auf deine Leistungen, äußere Erfolge oder das gesellschaftliche Leben? Oder versteckst du dich bereits zu lange vor der Außenwelt, vermeidest den Kontakt mit anderen Menschen und zeigst dich nicht? Meditiere auf die Bedeutung der Zyklen des Mondes und lass dich von ihm sanft aus der Bodenlosigkeit deiner Situation herausführen. Kehre in die Welt der menschlichen Verbundenheit und Kommunikation zurück. Lass dir vom Mond aber auch helfen, Zeit für dich zu finden, Zeit für Gefühle sowie deine grundlegenden Bedürfnisse als Mensch und spirituelles Wesen. Diese Karte ermutigt dich zu einer Reise der Erneuerung, wie sie der Mond allmonatlich unternimmt, damit du dich aus einer Sackgaste befreien kannst. Sei es in Bezug auf eine bestimmte Situation oder das Leben im Allgemeinen. Dafür musst du dich eine Weile ganz auf dich alleine zurückziehen, ohne jegliche Ablenkung durch unsere moderne Welt und den Mut aufbringen, dir die unerwünschten, ungeliebten Teile deiner Selbst so lange genau anzuschauen, bis du zu einer Lösung gelangst. Schamanischen Überlieferungen zufolge liegen die größten Schätze der Menschheit an den Orten, die aufzusuchen, wir am meisten fürchten. Ich habe, das ist ziemlich interessant, ich fange deine Legung zum dritten Mal an, Zwillinge, weil deine Legung für September sehr komplex ist. Und gestern fing die Legung mit einem Rumi-Zitat an. Da gibt es ein Zitat von Rumi, der geht irgendwie in Richtung, dass man Sicherheit sein lassen soll und in die Richtung gehen soll, wo man eben eigentlich nicht hingehen möchte, ja, weil es einem Angst macht. Angst macht und der sagt, zerstöre deine Reputation, folge deinem Herzen. Wir sehen vom Mond nur das, was die Sonne uns zeigt, ja, das hier wird von der Sonne uns gezeigt, der Mond leuchtet sonst nicht. Es gibt die Seite an dir, die die Menschen sehen und dann gibt es noch die Seite an dir, die die Menschen nicht sehen. Das ist dunkel. Das ist dunkel, das ist unergründlich und es ist, ähm, es liegt im Verborgenen und das macht dir vielleicht ein bisschen Angst. Und weil es dir eben Angst macht, geh da hin, zerstöre die Reputation, die du da im Sonnenlicht hast, zerstöre es. Hol einfach das, was in der Dunkelheit ist, hervor. Das ist dann übrigens Kreativität. Ja. Zehn der Stäbe haben wir hier. Ähm, es gibt hier Dinge, die du, oh, was ist das, ah, Königin der Münzen und hier Zehn der Stäbe, okay. Das hier ist deine Reputation, das hier ist das, was du abwerfen musst, damit du einen neuen Weg gehen kannst, ja. Und diesen neuen Weg, also diesen neuen Weg kannst du erst gehen, wenn du es schaffst, ganz ehrlich zu dir zu sein und diese dunkle Seite da zu inspizieren, ja. Falls du das nicht tust, Zwillinge, dann erscheinst du wieder einfach im neuen Kapitel, ähm, wieder als die, die du vorher warst, der, der du vorher warst. Also, ja, die Reputation wird sozusagen nicht zerstört und eine neue Reputation aufgebaut, sondern einfach die vorherige. Ist nicht sehr tragisch, also für mich fühlt es sich jetzt nicht sehr tragisch an. Sieben der Münzen. Ich muss warten. Ich muss auf Resultate warten. Du bist hier geduldig, du wartest hier auf Resultate, ähm, wo auch immer du dich im Leben befindest, Zwillinge, du bist, ähm, du bist der Reputation gefolgt und jetzt kommst du so langsam an eine Glasdecke ran, du kommst nicht über diese Glasdecke hinweg. Diese Persona, die du nach außen bist, diese Reputation, die, ähm, kommt jetzt so langsam an seine Grenzen, an ihre Grenzen. Um darüber hinausgehen zu können, Zwillinge, müsstest du etwas tun, wo die Menschen sich fragen, ob du verrückt geworden bist. Wisst ihr, wie meine Mutter mir in die Augen schaut, wegen diesem Tarot-Kanal? Sie hört mich für verrückt. Sie hört mich für verrückt. Sie hat Angst, dass ich verrückt geworden bin. Interessiert mich das? Hätte ich mit meiner bisherigen Reputation als IT-Managerin das hier machen können? Nee, ich musste etwas tun, wo Menschen sich fragen, ist die verrückt geworden? Der Teufel hier. Ähm, das hier ist eine Karma-Lektion, die du hier durchmachst. Möchtest du dich in jenem Rahmen bewegen, ähm, dass das deinem, dass deiner Reputation entspricht? Ja, oder bist du bereit dazu, dich von diesen Ketten zu befreien, deine dunkle Seite zu umarmen? Ja, was auch immer da ist, es zu akzeptieren und es auszuleben. Das kann etwas ganz Simples sein. Vielleicht haben wir hier Vegetarier, die unbedingt Fleisch essen wollen, aber können nicht. Ja, oder Fleischesser, die, äh, Fleisch denken, aber mitessen. Oder, oder es gibt, ähm, solche unter euch, die sich nicht trauen, einen älteren Menschen zu daten oder einen viel jüngeren Menschen zu daten, ja, weil das nicht eurer Reputation entspricht. Aber da gibt es eine dunkle Stelle in dir, haben wir alle, ja, wir haben alle Yin und Yang, dunkel und hell. Ähm, die dunkle Stelle in dir, die niemand sieht, die will das aber. Die will das aber. Und ich sag dir, ich sag dir eins, die dunkle Stelle ist das Herz. Und ich sag dir nochmal was, und du kannst da googeln und machen und recherchieren und tun, und das wird alles für mich sprechen, für meine Aussage, ja. Das Herz hat immer recht. Klingt verrückt und, äh, so muss es auch sein. Das Herz hat immer recht. Immer. Immer. König der Schwerter. Ich muss mal nachdenken. Siehst du, wie der König der Schwerter hier abgebildet ist? Der guckt hier in Richtung Teufel, ja. Der merkt hier so langsam, das bist du, Zwillinge. Das bist ein Luftzeichen. Der merkt hier so langsam, wie sehr ihn, ähm, diese Reputation ankettet in seiner lebenslangen Strategie hier. Du hast eine lebenslange Strategie. Und die passt nicht zu deiner jetzigen Reputation. Vielleicht ist das ein Playboy, eine Playgirl, die eigentlich eine feste Beziehung haben will, mit Kindern und Häuschen und, und, und. Ja, man denkt sich so, aber wie erkläre ich das denn den Leuten, dass ich mich so geändert habe? Alleine schon die Frage. Ah. Nein, Leute. Ich habe nicht über tausend Videos gelegt, damit ihr noch bei diesem Mindset seid. Ja. Ich wuschle hier so Philosophien hin und her. Ah, schauen wir mal. Hoppala. Der Magier. Neue Manifestation. Also, Kalibrierungsrunde hier. Ja. Der Magier ist der, der zaubert. Der Magier ist der, der aus dem Nichts heraus etwas erschaffen möchte. Und das ist schon vorher geschehen hier bei dir. Und das ist eine große Arkana, die findet über längere Zeit hinweg statt. Und jetzt bist du auf deinem Weg als Magier, als Zauberer, der sich ein neues Leben aufbaut, dem Teufel hier begegnet. Und du siehst, dass dir das, ja, dass du da an irgendetwas angekettet bist, ja. Also, über diese ganze Legung hinweg agiert der Magier. Der ist sehr powerful, ja. Ja, stark. Und, ähm, was du jetzt tust, ist eine Kalibrierungsrunde. Du schaust dir an, wo genau es happert. Du merkst, oder? Du hattest da Vorwärtsbewegung. Ja, Astermünzen, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt bist du bei sieben. Und es geht nicht weiter. Warum geht es nicht weiter? Und dann schaust du dir all diese Punkte an. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe, ganz am Anfang. Ja, vier verschiedene Elemente müssen erst nochmals angeschaut werden, bis Ende September, bevor du vernünftig fortfahren kannst. Was heißt hier vernünftig? Einfach, einfach, ähm, zu deinem Glück fortfahren kannst. Ja, es wäre auch vernünftig, so weiterzumachen wie bisher. Und dann, ähm, es ist auch kein Weltuntergang. Du stößt an deine Grenze momentan. Ja, du lebst dich nicht ganz aus und alles. Aber es, es, ich, Leute, ich bin ehrlich hier. Ähm, es ist kein Weltuntergang. Ja. Zehn der Stäbe. Okay. Ich will aber, dass das untergeht, sagst du. Zehn der Stäbe und der Turm hier. Es muss untergehen, sagst du. Diese dunkle Seite an mir, siehst du das? Ich muss diese umarmen. Ich muss diese verstehen, damit ich da mit Ast der Stäbe etwas verfolgen kann, das ich wirklich von innen haben möchte. Und wir haben hier die 15. Karte und Karte 1. Ja, 15. die große Arcana und große Arcana Nummer 1. Und hier ist die große Arcana Nummer 16. 16 hier, 16 hier. Siehst du, das ist der Magier, der hier agiert über längere Zeit hinweg. Man, genau das versuche ich immer zu erklären. Der Magier agiert über längere Zeit hinweg und nimmt dann dabei immer genau das, was gerade nötig ist. Zack, zack, zack. Hier. Eins nach dem anderen. Du bist hier den Münzen gefolgt, ja, den Ressourcen, der Festigung und alles. Kommst jetzt an deine Grenzen und jetzt überlegst du hier, okay, was muss ich jetzt tun? Ich muss hier mit Stab fortfahren und dafür muss ich hier diese Zehn der Stäbe, diese dunkle Themen bei mir, die ich als Belastung wahrnehme, muss ich nehmen und mit Ast der Stäbe Stärke daraus ziehen und voll durchstarten. Ja, alte Strukturen fallen hier komplett zusammen und ein neuer Turm wird gebaut. Okay. Und zwischendurch fällt hier ein sexy Mann raus, ja, gut. Ich sehe dich hier nicht alten Ballast abwerfen und dann leidenschaftlich neu starten. Ich sehe hier absolut gute Dinge in dir, im Dunklen, die du als Ballast empfindest. Aber die sind kein Ballast, die sind deine dunkle Seite. Die sind das, was dein Herz dir sagt. Und die nimmst du jetzt und damit machst du einen Neustart mit Ast der Stäbe. Okay. Ziemlich interessant. Also wir werden jetzt auch sehen, ob sich hier für jene, die hier in der Liebe schauen, jemand zeigt hier, ja, ich habe hier die Kraftkarte, ist so die Augustkarte. Ja, die Legung hier mache ich im August für September. Das ist so ein Effekt, der schon seit der Löwessaison bei dir. Aktiv ist, ja, und wir haben hier bei der Kraftkarte die Herrscherin drauf. Das ist die, die alles hat. Und damit du alles hast, Zwillinge, musst du dich um alles kümmern hier jetzt. Ja, um alle vier Elemente deines Seins. Hier zeigt sich etwas, schau, so kommst du an deine Wunscherfüllung. Das ist Teil deiner Heilung. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was deinem Gegenüber vor dir versteckt. Das ist für jene, die hier für die Liebe schauen, ja, wird sich dann zeigen hier, was in der Liebe ist. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.